Das Abspiel kann Dominik Röser. So Roslein mit dem Freistoß hinter die Abwehr! Nächste große Chance für die Bullen. Wildes Spiel jetzt teilweise. Auf der anderen Seite hat Juan die Möglichkeit, weil Pains im Tor drinnen bleibt, wenn er aufspielt für Dacca. Das Hauptaugenmerkling. Bullenverteintelte Ball gegen Ito. Auf der rechten Seite, das heißt Lima bleibt links. Bullenmer, schöner Pass in den Rückraum. So Roslein, So Roslein, So Roslein, 3 zu 1. So Roslein, wieder in schussposition und diesmal macht er es richtig gut, 70. Minute. So Roslein, da ist der Anschlussdreger. Der reiht sich gleich ein, jetzt dann in diese, vielleicht gute Situation der Salzburger Ball kommt. Wieder Kutzer mit dem dreistesten Ohr. 62. Minute. Von Alexander Grünwald, Florian Klein, der Kapitän heute. Der Freistoß wird gleich von So Roslein getreten. Und dann die Chance für... So Roslein, der sich in den nächsten Mal. Der Freistoß wird gleich von So Roslein. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF.